Hallo, hier ist wieder Jenny von Doppel-D. Ich grüße euch. Heute geht es um ein saisonales Thema, nämlich das Oktoberfest. Unter dem Oktoberfest-Outfit ist es sehr wichtig, einen ganz bestimmten BH zu tragen, nämlich einer Halbschale. Halbschalen gibt es in den verschiedensten Farben. Wichtig ist jedoch bei dem Oktoberfest-Outfit, also einem Dürndel oder eben nur einem Oktoberfest-Oberteil, wie ich es heute trage, dass der Busen einfach eine Etage höher kommt und ein schönes, rundes Dekolleté gezaubert wird. Das können diese Halbschalen. Eine davon trage ich heute auch. Falls ihr euch nicht sicher seid, welchen BH ihr genau nehmen sollt, kommt einfach mit eurem Oberteil vorbei bei uns und wir suchen dann den richtigen BH für euch aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Oktoberfest und sende ganz liebe Grüße von Doppel-D. Dem Gruß, eure Jenny.